Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag liebe Menschen da draußen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch! Wir reden heute über eine Doku namens Architekton oder Architekton und dafür habe ich mir die Baumeisterin des Tele-Stammtisches rangeholt und zwar die Lida. Hallihallo! Hallo! Ja, Grüße! Du hast ja auch Architekton gesehen, genauso wie ich. Wir ziehen da jetzt ein bisschen drüber her und wir möchten den so ein bisschen aufteilen, so wie wir darüber reden, einmal auf der sachlichen und technischen Ebene, dann einmal auf der inhaltlichen Ebene. Aber fass da erstmal kurz zusammen, worum geht es denn überhaupt in Architekton? Ja, diese Doku, die auch im Wettbewerb der letzten Berlinale lief, ist der neue Film von Viktor Korsakowski, der wieder im typischen Stil des Regisseurs sich sehr knapp hält mit Hintergrundinformationen und Erklärungen. Wir sehen Bilder, wirklich sehr faszinierende und ausschweifende Bilder von Gebäuden, von Landschaften, von Bauwerken, sowohl zerstörten, gegenwärtigen Bauwerken, historischen Bauwerken, auch Ruinen und Relikte, die vom Steinkoloss aus einer fast ja vortechnologischen Zeit bis zu den Ruinen des gegenwärtigen Kriegs Russlands, des Überfalls Russlands auf die Ukraine zurückgeblieben sind. Und so gibt der Film uns eben ein breites Bild der menschlichen Architektur, aber auch deren Verfalls und deren Instabilität. Das war jetzt sehr gut ausgeholt tatsächlich und das klingt jetzt krass, wenn man jetzt mal zurückdenkt, was in dem Film alles gezeigt wird. Es ist doch schon relativ viel und tatsächlich aber auch ein bisschen verwirrend, weil man springt von einem Ort zum nächsten, ohne zu wissen, wo man sich gerade befindet. Man hat wirklich keine Untertitel, nichts. Keiner redet mit einem, der einem sagt, wo man gerade ist, was hier gerade passiert. Alles, was dort passiert, muss man quasi leibhaftig spüren und erfahren. Und das ist stellenweise sehr leidig, aber auch sehr beeindruckend. Gehen wir mal kurz an die Drehorte. Also wie du schon gesagt hast, wir hatten verschiedene Orte. Wir hatten gleich am Anfang, das war wirklich ein beeindruckender Start. Das waren diese Drohnenfahrten durch die zerstörten Ruinen von diversen Plattenbauten in der Ukraine durch den Krieg. Das ist die Eröffnung des Films oder der Doku. Und da dachte ich mir schon, okay, alles klar, krass, was erwartet mich jetzt hier? Aber das war quasi der Anfang. Und dann wird die Erwartung übelst hochgeschraubt. Und dann plötzlich geht's was vollkommen anderes. Das wird auch nie wieder aufgegriffen. Das ist nur so eine kurze Einleitung und dann geht's plötzlich woanders hin. Wir sind, wie du schon gesagt hast, wir sind in der Türkei, musste ich ein bisschen recherchieren, in Gaziantep quasi, wo durch dieses große Erdbeben letztes Jahr sehr viele Gebäude eingestürzt sind, wo auch diese riesengroßen Felder, wo zum Beispiel Olivenbäume und sowas standen, die plötzlich dann riesengroße Gräben hatten, weil diese Erdbeben so riesengroße Gräben quasi erzeugt haben durch diese Risse in der Erde. Wir sind im Libanon bei diesem Steinbruch von Baalbek, musste ich recherchieren. Da steht der weltweit größte Steinblock in diesem Steinbruch, wo die das quasi hier rausgebaut haben. Wie du schon sagst, vor tausenden Jahren ohne Technologie, die wir heute haben. Und wir haben noch viele andere Orte und vor allem sind wir zu Hause bei dem Architekten Michel Delucci, ein preisgekrönter Architekt, der ein kleines Projekt zu Hause gestartet hat. Und zwar hat er auf seinem Grundstück einen Steinkreis errichten lassen, den kein Mensch mehr betreten darf. Es dürfen Hunde, Tiere dürfen dort rein, die dürfen sich da frei bewegen, aber kein Mensch darf diesen Kreis jemals betreten und dieser Kreis wird quasi auch während dieser Doku gebaut. Das ist das Einzige, wo so ein bisschen Menschen interagieren, wo ein bisschen geredet wird tatsächlich, aber das kommt sehr selten vor. Das alles passiert in dieser Doku tatsächlich, 90 Minuten lang und das klingt jetzt erstmal ein bisschen spannend. Wie hat es dir gefallen jetzt optisch, kameramäßig, tonmäßig, was sagst du dazu? Die Bilder, die großteils mit Drohnen entstanden sind, sind ohne Zweifel beeindruckend. Wir haben hier auch einen wahrhaft kolossalen Soundtrack, der das Ganze entsprechend untermalt. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, wenn ich Evgeny Galperin als den Komponisten dieses Films hier nenne. Das sind wirklich bombastische Töne und bombastische Bilder. Aber wie du sagst, ist viel auch mir als in Erdkunde nicht sonderlich bewanderter Mensch sehr schwer, das Ganze jetzt konkret einzuordnen, wenn man eben Ruinen zum Beispiel sieht und nicht weiß, was ist hier wann, wie, wo kaputt gegangen, warum. Mit dem Anfang, den du genannt hast, Ukraine und dann Türkei, das ist noch relativ einfach. Aber auch diesen Steinklotz von Baalbek, den hatte ich irgendwann schon mal davon gehört, okay, das ist dieser gigantische Steinklotz, den kein Mensch bewegen kann. Aber wir sehen auch viele andere Ruinen, wo ich zum Teil wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, wo, wann, wie das ist. Und den gesamten Kontext muss man sich allein erschließen, was auch für mich teilweise was sehr Ermüdendes, Erschöpfendes und beim Ansehen auch Frustrierendes hat. Denn letztlich ist es natürlich als Kritikerin meine Aufgabe, auch diese Recherche dann auf mich zu nehmen, schon allein um die Kritik zu schreiben. Und da es im Festival Druck entstand, war das natürlich nochmal extra Arbeit. Aber man kann von den gewöhnlichen Zuschauenden, die jetzt vielleicht ins Kino gehen, um informiert zu werden, um unterhalten zu werden und dergleichen, halt so ein enormes Maß an Recherche. Kann man es erwarten? Der Regisseur tut es definitiv. Und ich finde es auch gut, das Publikum herauszufordern. Denke aber auch auf der anderen Seite, muss man eine Grenze ziehen, zwischen das Publikum herausfordern und selber einfach sich zurücklehnen oder Informationen zurückhalten oder faul sein. Und da überschreitet der Film durchaus auch bestimmte Grenzen, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass der Regisseur sich in seinem eigenen Material verloren hat, ohne noch an die Zuschauenden oder die Aufgabe oder den Hintergedanken dieses Films zu denken, sondern sich einfach nur gesagt hat, boah, sind das tolle Bilder und mit der Musik sieht das ja alles so super aus. Tut es auch, aber auf 90 Minuten zieht sich das doch ganz schön. Wirklich gut zusammengefasst, ja, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es Faulheit war. Ich glaube, es ist wirklich mehr dieses, ich will meinen Zuschauer herausfordern. Das ist, glaube ich, schon eher der Punkt. Aber ich finde es trotzdem nicht gut. Also wir hätten wirklich ein paar Untertitel. Wenn jetzt zum Beispiel ein Cut ist zu einem neuen Ort, irgendwie ein Untertitel, Türkei, Gaziatep oder keine Ahnung, Libanon, Baalbek oder sowas. Irgendwie nur ein kleiner Untertitel. Der hätte ja gereicht, dass ich weiß, ah, okay, Bufittus ist gerade da, wir haben gerade einen Szenenwechsel verführt. Das hätte mir wirklich mega gereicht. Da muss auch niemand reden. Ich meine, klar, wenn ich den Film jetzt gecuttet hätte, hätte ich den von 90 Minuten auf 45 Minuten gekürzt und hätte mit Aufstimme noch ein bisschen was versucht zu erklären. So hätte ich es gemacht. Aber das wäre meiner Art und Weise eine Doku zu vollführen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, das eine Doku zu nennen. Ich weiß nicht, ob das ein Film ist. Für eine Doku ist es zu wenig erklären. Eine Dokumentation ist ja, du dokumentierst etwas. Du erklärst etwas. Du zeigst den Leuten etwas. Du beschreibst etwas. Und das kommt hier, finde ich, viel zu wenig zum Vorstellen. Deswegen ist es irgendwie schwierig. Aber wie du schon sagst, Soundtrack, Hammer. Die Kamerafahrten sind absolute Sahne. Also das Bild ist absolut scharf. Ich glaube, das ist hier so eine Bildgewalt, die sich in 4K richtig lohnen würde zu Hause. Oder auf einer Leinwand. Tatsächlich wirklich. Das ist Hammer, Kamerafahrten. Absoluter Wahnsinn. Das ist bildgewaltig. Wahnsinn. Aber was dann damit gemacht wird, ist dann eine andere Sache. Und da gehe ich jetzt mal auf das Thema Sound ein. Und zwar wird auch sehr viel mit Slowmotion gearbeitet. Es gibt sehr viele Szenen von Steinen, die irgendwo runterkollern und runterrieseln. Und zwar ziemlich lange. Es gibt da Phasen, da guckst du 5 Minuten zu, wie in einem Steinbruch Steine irgendwo runterrieseln. Und wenn du dann denkst, das ist vorbei, geht es dann später in einer Fabrik weiter, wo dann wieder Steine sich bewegen. Wie gesagt, das sieht alles total teuer aus. Das ist unglaublich scharf. Das ist super gedreht. Die Perspektiven sind der Wahnsinn. Aber es ist Slowmotion. Da passiert nichts. Dann wird alles in Slowmotion quasi mit so Soundeffekten quasi nachbearbeitet. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Slowmotion-Videos, die gerne so viral gehen im Social Media? Keine Ahnung, jetzt so ein Beispiel von so einem Typen, der hat so verschiedene Arten von Filzstiften, Kugelschreiber und sowas. Und da zoomt dann die Kamera auf diesen Kugelschreiber drauf. Alles in Slowmotion. Plötzlich hört man diese Schmatz- und Glitschgeräusche von dieser Tinte, obwohl man die eigentlich gar nicht hören kann. Die wurde halt nachbearbeitet, damit es ein bisschen ASMR-mäßig ist. Und das Gleiche wird hier auch gemacht mit diesen Steinen. Das Ding ist halt, ich habe Misophonie. Ich kann mir sowas nicht anhören. Ich kann mir keinen ASMR anhören. Ich kann mir sowas nicht anhören. Und das war wirklich die purste Qual. Also wer von euch Probleme hat mit sensorischer Überempfindlichkeit, Misophonie oder sowas, keine Ahnung, dann bleibt davon fern. Das ist wirklich pure Quälerei stellenweise. Ging es dir auch so? Waren das für dich die Slowmotion-Fahrten auch ein bisschen anstrengend? Ja, wobei ich eben auch als Filmkritikerin hart gesotten bin. Ich weiß nicht, wer von euch den Regisseur James Benning kennt. Aber das ist einer dieser Leute, die Standbilder minutenlang halten und dann in einem Film, der vielleicht zwei Stunden geht, 30 Standbilder, die jeweils minutenlang einfach nur ein Haus, einen Acker oder einen Stein zeigen, aneinander reiht. Also wenn man sowas ein paar Mal durchgesessen hat, dann ist man wirklich hart gesotten. Da ist Kosakowski noch relativ moderat. Aber ich verstehe absolut, was du meinst und stimme dir da auch zu. Klar möchte der da auch solche Dinge vermitteln, wie das Gefühl für die Zeit, die Vergänglichkeit, wie lange es braucht, bis zum Beispiel irgendwo was abgetragen ist. Es gibt ja diese mehr oder weniger philosophischen Kalendersprüche, wo es so heißt, ja, wenn ein Vogel seinen Schnabel an einen Berg schabt und dieser Berg dann eines Tages abgetragen ist nach Jahrmillionen durch dieses einfach nur Schaben des Vogelschnabels, dann ist eine Sekunde der Unendlichkeit vorüber und bla bla. So ein Gefühl soll hier eben auch entstehen. Aber es nimmt einfach dem auch seine Wirkung. Umgekehrt verhält es sich natürlich dafür mit dem, was gesagt wird. Umso weniger, ich sage, umso schwerer wiegen die Dinge, die gesagt sind. Und die sind durchaus durchdacht und interessant, aber auch auf eine Weise, dass sie zum einen auf vielfache Art interpretierbar sind. Und ich denke, dass da so sehr ambivalente Aussagen entstehen können oder auch Aussagen einfach zerstückelt werden. Und eben, dass vieles nur bestimmte Implikationen annehmen kann, die vielleicht nicht beabsichtigt sind, aber eben dann trotzdem im Raum stehen. Also zum Beispiel, es gibt ja diese eine Aussage, wo er sagt, dieser Architekt de Lucci oder de Lucci, wie man das, Michele de Lucci, wie immer man das aussprechen mag, wir brauchen ein neues Schönheitsideal oder eine neue Schönheitsvorstellung. Und da wird dann immer wieder auf das Altertum verwiesen, auf die klassische Antike. Und wir hatten alle schon mal eine ganze Ära dieses Jahr in der klassischen Antike orientiert hat, nämlich den sogenannten Klassizismus. Und so toll war der auch nicht. Und dann frage ich mich zum einen, war die Antike keine so großartige Zeit? Und die wird dann auch in ganz anderer Weise verherrlicht, wo ich teilweise sehr schlucken musste. Zum anderen eben halte ich das auch wieder für sehr restriktiv, zu sagen, all das ist hässlich, Punkt. Und all das war schön. Und das dann noch so ganz konkret, das ist das Zeitalter der Schönheit und das ist das Zeitalter, wo alles mistig aussieht. Und dann immer noch verbunden mit diesem idealisierenden Blick in die Vergangenheit, da schwammert schon sehr viel Reaktionismus mit. Ja, das ist halt dieser Widerspruch. Man hat, alte Bauten wurden halt errichtet, wo wir heute sagen, oh, das sieht schon geil aus, das würden wir heute so nicht mehr bauen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich aus Kostengründen, aus Nutzen halt wegen irgendwelchen Gründen von Erosion. Also das heißt, es muss ja auch wetterbeständig sein. Es muss temperaturdämmend sein. Dementsprechend musst du auch anders bauen, wenn du gewisse Aufgaben und Funktionen für diese Gebäude hast. Aber gleichzeitig denkt man mal zurück, wie auch die Lebensart oder die Lebensweise zu dieser Zeit entstanden ist. Also was dort für Lebensqualität herrschte zu diesen Zeiten. Das ist halt schwierig, zu sagen, auch damals war die Gebäude so schön, aber war die Zeit so schön. Das ist ja Quatsch. Und das muss man halt wirklich differenziert betrachten. Klar, Architektur hat sich verändert. Und ich finde zum Beispiel diesen Brachia, wie heißt der, Brutalismus. Diese Betonklötze, die überall sind. Oder zum Beispiel, ich als jemand, der im Osten lebt, ich hasse Plattenbauten. Ich wohne seit 1999 in keinem Plattenbau mehr. Meine Freundin ist letztes Jahr mit mir zusammengezogen. Die hat in der Platte gewohnt. Und das war genauso schlimm, wie ich es mir in Erinnerung hatte. Keiner sollte in Plattenbauten wohnen. Sollten alle weg. Aber können wir nicht machen, weil wir brauchen den Wohnraum. Wir haben jetzt schon zu wenig Wohnungen. Was soll man also machen? Also müssen sie stehenbleiben, wir müssen sie sanieren. Und die müssen sie benutzen, weil sie ja da sind. Sind sie schön? Nein, definitiv nicht. Aber das ist halt so ein Kosten-Nutzen-Ding. Man muss doch irgendwie kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Dann musst du das nutzen, was du halt hast. Wobei man da noch ein paar Sachen, wenn ich dich unterbrechen darf, einfügen muss. Denn Plattenbauten, und das ist ein Thema, das im Film auch vorkommt, sind ja nicht einfach nur billig, sondern sie bringen eine ganze andere, also sie sind nicht einfach nur hässlich, sie bringen noch eine ganze andere Reihe an negativen Wohneigenschaften mit sich. Und dieses Thema wird im Film zumindest vage angedeutet. Und dann gibt es noch diesen Aspekt, dass wir auch das bei der Antike bedenken müssen. Zum einen die Teile der Bauten aus der Antike, die wir heutzutage nicht mehr errichten, errichten wir deswegen nicht mehr, weil wir nicht mehr die Mittel haben, das zu tun. Damit meine ich gar nicht die Geldmittel. Sondern dass zum Beispiel bestimmte Formen von Zement heute nicht mehr hergestellt werden können, da nicht mehr klar ist, aus welchen Materialien die, also wie die Leute, die damals so bearbeitet und bewegt haben, dass es zusammengehalten hat. Das heißt, dieses bestimmtes Wissen ist dann durchaus auch verloren gegangen. Ein anderer Faktor ist aber auch, weshalb man diese Idealisierung der Antike kritisch sehen muss, dass die Mehrheit der Menschen, die überwiegende Mehrheit der Menschen, die Ärmeren, nicht in diesen Idealbauten gelebt haben. Die meisten Idealbauten, das waren Paläste, das waren Tempel, also entweder für Götter oder für supermächtige Herrschende. Die einfache Bevölkerung hat oft in elenden Baracken gelebt, die weder schön noch irgendwie hell oder atmungsaktiv oder gemütlich waren. Die waren oft nass, kalt, feucht, schimmelig. Gerade hier in Europa, da waren zum Beispiel die Architektur in bestimmten afrikanischen Ländern weit fortschrittlicher und wesentlich besser angepasst an Lebensqualität und Witterungsbedingungen. Aber gerade hier in Europa war das oft katastrophal, die Lebensbedingungen. Und das ging von der Antike bis in die Neuzeit. Also egal, wie schön da manche Bauten aussahen. Ein großer Aspekt, der diesen Brand von Rom, das war ja in der Antike, ausgelöst hat, war eben, dass ganz Rom so feuergefährlich gebaut war, und dass da zum einen Löschversuche völlig ins Leere liefen und zum anderen das Ganze eben einfach nur ein Brandherd war. Also von wegen früher war alles besser, keineswegs. Ja, aber man merkt, dass der Film trotzdem die Doku zum Reden anregt. Also das schafft die Doku schon. Obwohl nicht viel geredet wird, sieht man trotzdem viel. Und es regt halt wirklich an, im Sinne von, warum macht man das so, wieso wurde das damals so gemacht, was ist die Zweckhaftigkeit. Man muss aber alles auch vieles hinterfragen. Dabei entstehen sehr viele interessante Gesprächsthemen und sehr viel Gesprächsstoff. Das heißt, wenn man sich das mit jemandem anguckt und versucht, das im Nachhinein quasi zu interpretieren, was man da selbst rausnimmt, entsteht dabei wirklich sehr viel Gesprächsbedarf. Von daher, für den einen oder anderen mag diese Doku quasi vielleicht etwas sein. Aber vielleicht auch nicht für jeden, wie gesagt. Wie würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ist das, was man gucken sollte, was man nur für spezielle Leute, die vielleicht Architektur studieren? Hat das irgendein Zielpublikum? Ich würde es nicht so, gut, Architekturstudierende könnten hier sicherlich viel Interessantes finden. Ich würde den Bogen aber nicht ganz so eng schneiden. Was man aber auf jeden Fall mitbringen sollte, ist A, sehr viel Recherchewillen und zum Zweiten eine sehr wache, sehr kritische Haltung zu dem, was da vermittelt und was da gesagt wird. Da fällt auch einmal der Satz von einem der Architekten, der sagt, wir als Architekten designen nicht nur Gebäude, wir designen das Verhalten der Menschen. Das ist eine sehr bedeutsame Beobachtung, die da auch ganz viel mit sich bringt, aber auch eben nicht weiter erörtert oder ergründet oder auch nur belegt wird. Das ist ja auch ein Punkt, man kann viel behaupten, aber in der Wahrheit von einer Dokumentation auch, dass sie bestimmte Behauptungen nicht einfach nur in den Raum stellt, sondern auch irgendwie untermauert. Das geschieht nicht, obwohl es sehr einfach gewesen wäre. Und das sind solche Punkte, wo der Film auch ganz doll ins Leere läuft, denn man könnte damit zum Beispiel auch bestimmte politische Aspekte ansprechen. Denn natürlich ist Architektur auch eine ganz große ideologische und politische Frage. Und die Frage zum Beispiel ja schon allein, wer lebt in den Häusern, wo man, wenn man lebt, buchstäblich früher stirbt, weil man krank wird. Stichwort Plattenbau, der nachweislich eben dafür gesorgt hat, dass Leute krank wurden, schon allein mit solchen Sachen wie Asbest und so weiter. Das ist die Unterschicht. Und diese Themen von zum Beispiel Klassismus oder auch Rassismus, Ghettoisierung, Gerrymandering, denken wir an die USA, wo bestimmte Wahlbezirke so eingeteilt werden, dass People of Color schlechtere Chancen haben, zur Wahlstätte zu kommen. Das ist also eine ganz politische Frage, ist Architekturen oder die Frage, wo ist gute Infrastruktur, wo ist schlechte Infrastruktur. Architektur ist ja nicht nur ein Haus, Architektur ist ja zum Beispiel auch sowas wie Wasserleitungen, Schienen, Straßen, Überführungen, Brücken, dass man von einem Ort zum anderen kommt. Oder die Frage zum Beispiel, wo steht ein Supermarkt, wo steht ein Café und wo ist vielleicht gar nichts. All das kommt nicht zur Sprache. Und dann, da wir schon beim Thema Klassismus sind, hat leider der Regisseur sowohl bei der Berlinale Pressekonferenz als auch im Interviewgespräch mit mir einen Satz rausgehauen, mit dem ich sehr viele Probleme habe, nämlich, dass diese Gebäude damals nicht von Sklaven errichtet worden seien, sondern von Meistern. Und da sind zwei ganz problematische Dinge drin. Zum einen kam die größte Arbeitsleistung in diesen Äraen bis zur frühen Neuzeit hin von Menschen, die entweder versklavt waren oder in Sklaverei-ähnlichen Abhängigkeitsverhältnissen lebten. Zum anderen widerspricht, so wie es der Regisseur dann noch weiter ausgelegt hat, der Umstand, dass man unfrei ist oder aus einer niederen Gesellschaftsschicht kommt, keineswegs dem Konzept, dass man intelligent sein kann oder ein Architekturgenie. Viele der großen Architekten der Antike, die ja so verjährt werden in dem Film, waren nämlich entweder unfrei, Freigelassene oder Kinder von Freigelassenen. Dieser Gedanke, oh, es gab hier die Patrizia und die waren so gebildet und haben alles großartiger errichtet und dann, naja, hier den einfachen dummen Pöbel, der nur drin gewohnt hat und nicht drüber nachgedacht. Mit solchen Konzepten sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn man dann noch bedenkt, dass zum Beispiel der Architekt des Films, der Michel Delucci, halt eine schöne Villa irgendwo in Italien, in den Bergen hat, die wunderschön ist, dass man da gerne Urlaub machen möchte, er aber selbst quasi für Banken und andere große Unternehmen Gebäude entwickelt hat, was dafür sorgt, dass er sich sowas leisten kann, ist es halt stellenweise auch ein bisschen heuchlerisch, oder? Absolut, vielen Dank, dass du das aufgebracht hast, genau. Nämlich die Frage, auch als Architekt, für wen designe ich denn was? Oder auch dieser Punkt, der im Film nur vage, wenn überhaupt gestreift wird oder im Hintergrund präsent ist, nämlich die große ideologische Funktion, die Gebäude haben. Jede Diktatur der Menschheitgeschichte hat sich mit bestimmten Gebäuden versucht zu verewigen, aber auch selbst dargestellt. Das ging Faschismus, Stalinismus, selbst solche sowas wie Demokratie denken wir zum Beispiel, oder an sowas wie die Freiheitsstatue. Also selbst bestimmte politische Systeme, die durchaus positiv zu bewerten sind, setzen auf die ikonische Kraft von Gebäuden, Statuen, Denkmälern und Strukturen. Oder man kann ja auch solche Dinge nennen wie die sieben Weltwunder, die alle Gebäude sind oder Bauwerke. Also da steckt ganz viel ideologische Kraft auch dahinter. Und dieser Film ist ja auch enorm aufgeladen von dieser Ideologie, sowohl rezeptiv als auch ausstrahlend, thematisiert das aber nie so richtig. Und diese Leerstellen haben zum Teil auch eine gewisse Problematik. Tja, genau, das meine ich damit. Du hast ja wirklich Phasen in dem Film, die ja wirklich langweilig sind, langabig. Und man könnte halt diese Zeit nutzen, um ein bisschen tiefer in diese Thematik reinzugehen. Durch vielleicht eine Aufstimme, die was sagt. Oder durch jemanden, der interviewt wird, der vielleicht Ahnung von der Geschichte hat und so weiter. Aber das wird leider nicht genutzt. Es wird quasi eher sehr schön geredet. Und stellenweise, es wird einfach gesagt, ja, Betonbauten sind nicht hässlich, baut gefälligst wieder schöne Bauten aus Stein und dann ist alles wieder gut. Dass aber halt nicht jeder an diesen Steinbauten leben darf oder in der Nähe davon, das wird halt nicht angesprochen. Wie man sieht, es gibt sehr viel Redebedarf, wenn man sich das hier anguckt. Und dieser Film startet jetzt am 3.10. in Deutschland, Frankreich und in den USA. Soweit ich weiß, wer da Bock drauf hat, gebt euch das vielleicht. Betrachtet es aber ein bisschen kritisch. Das wäre ganz lieb. Und nehmt Geduld mit. Und damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Lieder, hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest? Ich habe alles gesagt. Ich könnte höchstens noch die Empfehlung ranhängen, sich diesen Film unbedingt auf der großen Leinwand anzusehen, damit die Bilder wirklich wirken können und man auch ein Gefühl für die Größe dieser Kolosse, dieser Ruinen, dieser Gebäude bekommt. Alles klar. Oder wenn nicht, dann zu Hause in 4K. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Menschen da draußen. Vergesst nicht, der Tele-Stammtisch ist überall, wo es Podcasts zu hören und zu sehen gibt. Wir freuen uns über Likes, Kommentare. Besucht tele-stammtisch.de oder gebt uns tolle Bewertungen überall da, wo es Likes gibt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lieder, du hast das letzte Wort. Ja, Leute, baut euch was Schönes auf, egal was es sein muss, auch wenn es nur ein Kartenhaus ist, wie bei mir. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.